Kapitel 5 Ich verstehe es einfach nicht, sagte Klaus, was er nicht so häufig sagte. Violet nickte zustimmt. Dann sagte sie selber etwas, was sie auch nicht so oft sagte. Es ist ein Rätsel und ich bin mir nicht sicher, ob wir es lösen können. Petrus si kamula via der Rieche tu mexi ti, sagte Sunny. Und das war etwas, was sie erst ein einziges Mal vorher gesagt hatte. Das sollte so etwas heißen wie, ich muss gestehen, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was da los ist. Zum ersten Mal hatte die jüngste Baudelaire das gesagt, als sie gerade aus dem Krankenhaus, in dem sie zur Welt gekommen war, nach Hause gebracht worden war. Sie hatte dieses Wort gesagt, als ihre Geschwister sich über ihre Wiege beugten, um sie zu begrüßen. Doch dieses Mal saß Sunny in dem unfertigen Flügel des Hospitals und blickte auf ihre Geschwister, die erraten wollten, was Hal wohl mit dem Snicketfeuer gemeint haben könnte. Wäre ich bei den Kindern gewesen, hätte ich ihnen eine lange und schreckliche Geschichte erzählen können von Männern und Frauen, die sich einer edlen Organisation angeschlossen hatten, nur um festzustellen, dass ihr Leben von einem habgierigen Menschen und einer faulen Zeitung zerstört wurde. Aber die Geschwister waren allein und das Einzige, was sie über diese Geschichte erfahren konnten, stand auf ein paar Seiten aus den Quackmeyer-Notizbüchern. Es war Nacht und nachdem sie den ganzen Tag im Archiv gearbeitet hatten, waren die Baudelaire-Waisen in den anderen Flügel des Hospitals hinübergegangen und hatten es sich dort so bequem wie möglich gemacht. Leider muss ich jedoch sagen, dass der Ausdruck, so bequem wie möglich, hier überhaupt nicht bequem bedeutet. Weilet hatte ein paar Taschenlampen gefunden, die die Bauarbeiter für die dunklen Ecken benutzen, aber als die Lampen ihre Umgebung erleuchteten, machte das Licht nur deutlich, wie dreckig diese Umgebung in Wirklichkeit war. Klaus hatte ein paar Abdeckplanen gefunden, die für Anstreicher gedacht waren, damit keine Farbe auf den Fußboden tropft. Nachdem er sie um sich und seine Schwestern gewickelt hatte, machte ihnen die Temperatur nur deutlich, wie eisig es war, wenn der Abendwind durch die Plastikbahn wehte. Und Sunny hatte mit ihren Zähnen einige von den Früchten aus Heils Obstschale zerkleinert und eine Art Obstsalat als Abendessen zubereitet. Doch jeder Bissen zerkleinerter Früchte machte nur deutlich, wie unangenehm es war, sich an einem so nackten und einsamen Ort aufzuhalten. Obwohl den Kindern durchaus klar war, wie dreckig, eisig und unangenehm ihr Wohnquartier war, darüber hinaus schien ihnen überhaupt nichts klar zu sein. Wir wollten das Archiv nutzen, um mehr über Jacks Nicke zu erfahren, sagte Violet. Am Ende könnten wir jedoch mehr über uns selbst erfahren. Was in aller Welt glaubt, ihr steht über uns in dieser Akte, die Hell erwähnt hat. Ich weiß es nicht, antwortete Klaus, und ich denke auch Hell weiß es nicht. Er hat gesagt, er liest die Akten nicht. Jack, sagte Sunny und meinte damit, und ich hatte Angst, ihn noch mehr darüber zu befragen. Ich auch, sagte Violet. Wir dürfen einfach nicht die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Jeden Augenblick könnte Hell erfahren, dass wir wegen Mordes gesucht werden, und wir würden ins Gefängnis geworfen, bevor wir Näheres herausgefunden haben. Wir sind bereits aus einer Gefängniszelle entkommen, meinte Klaus. Ich weiß nicht, ob wir das noch einmal schaffen würden. Ich habe mir gedacht, wenn wir eine Möglichkeit hätten, diese Seiten aus den Notizbüchern von Duncan und Isidora zu entziffern, sagte Violet, würden wir Antworten auf unsere Fragen finden, aber die Notizen der Quackmire sind sehr schwer zu lesen. Klaus runzelte durch die Stirn und schob ein paar Bruchstücke der Quackmire-Seiten hin und her, als wären sie Teile eines Puzzles. Das Sapunschießgerät hat diese Seiten völlig zerfetzt, sagte er. Schau nur, was Duncan hier geschrieben hat. Jack Snicket hat für FF gearbeitet, und das steht für Freiwillige, und dann ist es mit einem Satz abgerissen. Und auf dieser Seite, sagte Violet und hob eine Seite hoch, an die ich gar nicht denken mag, steht, auf Fotos und in der Öffentlichkeit, sein Gesicht zu zeigen, ist Snicket leider kaum jemals bereit. Isidora muss das geschrieben haben, es ist ein TZ. Auf diesem Schnitzel steht Apartment, sagte Klaus, und das sieht aus wie die Hälfte eines Plans. Es könnte mit dem Apartment zu tun haben, in dem wir mit Jerome und Esmer Elend gewohnt haben. Erinnere mich besser nicht daran, sagte Violet und schauderte bei dem Gedanken an all das Unglück, das die Kinder in der dunklen Allee 667 erlebt hatten. Ravave, Sunny zeigte auf einen der Zettel. Auf dieser Seite stehen ein paar Namen, sagte Violet. Einer davon ist Alf Hankut. Das ist der Mensch, der dieses fürchterliche Stück geschrieben hat, an dem Olaf uns gezwungen hat, mitzuspielen, sagte Klaus. Ich weiß, sagte Violet. Und alias Alf Orgav könnte bedeuten, dass Alf Hankut auch unter diesem Namen Stücke geschrieben hat, aber den letzten Namen kenne ich nicht. Anna Gramm. Nun, die Quackmars haben Nachforschung über Graf Olaf und seine finsteren Pläne angestellt, meinte Klaus. Vielleicht gehörte Anna Gramm zu Olafs Kumpanen. Wahrscheinlich ist es aber nicht der hakenhändige Mann, sagte Violet, oder der Kalkopf mit der langen Nase. Anna ist normalerweise kein Männername. Es könnte der Name einer der Frauen mit den schlohweiß gepuderten Gesichtern sein, schlug Klaus vor. Orlando, rief Sunny, womit sie eigentlich sagen wollte, oder der Person, die weder wie ein Mann noch wie eine Frau aussieht. Oder es könnte jemand sein, den wir noch gar nicht getroffen haben, seifte Violet und wandte sich einem anderen Stück Papier zu. Diese Seite ist überhaupt nicht zerrissen, aber das Einzige, was sich auf ihr findet, ist eine lange Liste von Daten. Es sieht so aus, als ob alle zwölf Wochen oder so etwas passiert ist. Klaus hob das kleinste Stückchen Papier auf und hielt es hoch, damit es seine Schwestern sehen konnten. Hinter den Brillengläsern sahen seine Augen sehr traurig aus. Auf diesem Stück steht nur Feuer, sagte er leise, und die drei Geschwister blickten betrübt auf dem staubigen Boden. Bei jedem Wort hat man unbewusste Assoziationen, was einfach bedeutet, dass bestimmte Wörter dich an bestimmte Dinge erinnern, selbst gegen deinen Willen. Das Wort Kuchen könnte dich zum Beispiel an deinen Geburtstag erinnern, und das Wort Gefängniswärter könnte dich an jemanden erinnern, den du lange nicht mehr gesehen hast. Das Wort Beatrice erinnert mich an eine freiwillige Organisation, die völlig korrupt war, und das Wort Mitternacht erinnert mich daran, dass ich dieses Kapitel sehr schnell zu Ende schreiben muss, weil ich sonst wahrscheinlich ertrinken werde. Die Baudelaires ihrerseits hatten alle möglichen Assoziationen bei dem Wort Feuer, und keine davon sorgte für angenehme Gedanken. Das Wort erinnerte sie an Hal, der in diesem Nachmittag im Archiv etwas von den Snicket-Feuern erwähnt hatte. Feuer erinnerte die Kinder auch an Duncan und Isidora Quackmeyer, die ihre Eltern und ihren Bruder Quickley in einem Feuer verloren hatten. Und natürlich erinnerte sie das Wort Feuer an die Feuersbrunst, die ihr Zuhause zerstört und die unglückliche Reise in Gang gesetzt hatte, durch die sie schließlich in dem halb vollendeten Flügel des Hospitals gelandet waren. Die Kinder kuschelten sich unter ihrem Abdeckplan still aneinander, es wurde ihnen immer kälter, während sie an all die Feuer und die unbewussten Assoziationen dachten, die es in ihrem Leben gab. »Jene Akte muss die Antworten auf all diese Geheimnisse enthalten,« sagte Violet schließlich. »Wir müssen herausbekommen, wer Jax Snicket war und warum er die gleiche Tätowierung hatte wie Graf Olaf.« »Und wir müssen herausfinden, warum er ermordet wurde,« fügte Klaus hinzu. »Und wir müssen das Geheimnis von FF lüften.« »Wir,« sagte Sunny und damit meinte sie, »wir müssen eine Erfahrung bringen, warum es ein Bild von uns in der Akte gibt.« »Wir müssen diese Akte in die Hände bekommen,« erklärte Violet. »Das ist leichter gesagt als getan,« erwiderte Klaus. »Hell hat uns ausdrücklich angewiesen, keine Akte anzurühren, mit der wir nicht gerade arbeiten, und er wird im Archiv immer unmittelbar in unserer Nähe sein.« »Wir müssen einfach einen Weg finden,« antwortete Violet. »Lass uns jetzt ausgiebig schlafen, damit wir morgen gut ausgeruht sind und die Akte mit dem Snicket-Fein in die Hände bekommen.« Klaus und Sunny nickten zustimmt und bauten aus dem Abdeckplan eine Art Bett, während Violet die Taschenlampen eine nach der anderen ausschaltete. Die drei Baudelaires schmiedten sich für den Rest der Nacht aneinander und suchten einen Schlaf, den sie auf dem dreckigen Fußboden oder in dem kalten Wind finden konnten, der durch ihr unbequemes Zuhause pfiff. Am nächsten Morgen gingen sie nach einem Frühstück mit dem übrig gebliebenen Obstsalat in den fertigen Flügel des Hospitals und stiegen vorsichtig all diese Treppen hinab, vorbei in den Lautsprechern und den verwirrenden Plänen. Hal war schon im Archiv, als sie dort ankamen und schloss mit seinem umfangreichen Schlüsselbund die Aktenschränke auf. Sofort machten sich Violet und Klaus an die Arbeit und archivierten die Informationen, die während der Nacht durch den Schacht hereingekommen waren. Sunny widmete sich mit ihm zehn den Aktenschränken, die aufgeschlossen werden mussten. Aber die Aufmerksamkeit der Baudelaires war nicht auf die Ablage oder die Schränke gerichtet. Ihre Aufmerksamkeit galt der Akte. Fast alles auf dieser Welt ist leichter gesagt als getan, mit Ausnahme von systematisch der stillstichelnden Stiefschwester des Sisyphus assistieren, was leichter getan als gesagt ist. Aber es ist frustrierend, wenn man an diese Tatsache erinnert wird. Als Violet einen Bogen Papier mit Informationen über Tintenfische unter M für Mollusken archivierte, sagte sie sich, ich werde mal den S-Gang entlang gehen und unter Snicket nachschauen. Aber Hal war bereits im S-Gang und archivierte dort Gemälde von Schreddern, daher konnte sie ihren Plan nicht ausführen. Während Klaus einen Überblick über Fingerhüte unter D für Daumenschutz archivierte, sagte sie sich, ich werde mal den F-Gang entlang gehen und unter F für Feuer nachschauen, aber inzwischen hatte sich Hal zum F-Gang begeben und öffnete einen Aktenschrank, um die Biografien berühmter finnischer Fischer neu zu ordnen. Und Sunny drehte ihre Zehen hin und her und versuchte, einen verschlossenen Aktenschrank im B-Gang zu öffnen, in der Annahme, dass darin die Baudelaire-Akte archiviert sein könnte. Aber als das Schloss schließlich kurz nach Mittag nachgab, öffnete die Jüngste der Geschwister den Schrank und sah, dass er vollkommen leer war. Null, sagte Sunny, als die drei Kinder eine kurze Obstpause im Vorzimmer einlegten. Ich habe auch nichts, sagte Klaus. Aber wie sollen wir an die Akte herankommen, wenn Hal dauernd in der Nähe ist? Vielleicht sollten wir ihn einfach bitten, sie für uns zu suchen, sagte Violet. Wenn dies eine Bibliothek wäre, würden wir den Bibliotheker um Hilfe bitten. In einem Archiv sollen wir uns vielleicht an Hal, den Archivar, wenden. Ihr könnt mit allem zu mir kommen, sagte Hal, als er den Vorraum betrat. Aber erst muss ich euch etwas fragen. Er kam zu den Kindern und zeigte auf eine Frucht. Ist das eine Pflaume oder eine Kaki-Frucht? fragte er. Ich fürchte, mein Sehvermögen ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist eine Pflaume, sagte Violet und reichte sie ihm. Oh, gut, sagte Hal und untersuchte die Frucht auf Druckstellen. Ich habe jetzt keinen Appetit auf Kaki-Früchte. Nun, was ist euer Problem? Wir haben eine Frage wegen einer bestimmten Akte, begann Klaus vorsichtig, um Hal nicht misstrauisch zu stimmen. Ich weiß, es ist nicht üblich, dass wir die Akten lesen, aber wenn wir sehr neugierig wären, könnte man dann eine Ausnahme machen? Hal biss in die Pflaume und runzelte die Stirn. Warum solltet ihr den Wunsch haben, eine der Akten zu lesen? fragte er. Kinder sollten fröhliche Bücher mit bunten Bildern lesen, nicht amtliche Informationen aus dem Archiv. Aber wir interessieren uns für amtliche Informationen, sagte Violet, und wir sind so beschäftigt mit den Archivieren, dass wir keine Gelegenheit haben, irgendetwas in den Akten zu lesen. Deshalb hatten wir gehofft, wir könnten eine mit nach Hause nehmen, um sie dort zu lesen. Hal schüttelte den Kopf. Papierkram ist das Wichtigste, was wir in diesem Hospital tun, sagte er streng. Deshalb dürfen wir Akten in diesem Raum nur verlassen, wenn es einen sehr wichtigen Grund dafür gibt. Zum Beispiel... Aber die Baudelaires bekamen kein Beispiel zu hören, weil Hal von einer Stimme unterbrochen wurde, die aus dem Lautsprecher ertönte. Achtung! sagte die Stimme, und die Kinder drehten sich zu einem kleinen, viereckigen Lautsprecher um. Achtung! Achtung! Die drei Geschwister sahen sich schockiert und entsetzt an, dann blickten sie auf die Wand, an der der Lautsprecher hing. Die Stimme war nicht die von Babs. Es war eine leise Stimme, und es war eine kratzige Stimme, aber es war eindeutig nicht die Stimme der Personalchefin. Es war eine Stimme, die die Baudelaires verfolgte, wo immer sie hinkamen, egal wo sie lebten oder wer sie zu beschützen versuchte. Obwohl die Kinder diese Stimme schon so oft vorher gehört hatten, waren sie doch nicht an ihrem hämischen Tonfall gewöhnt, als ob die Person einen Witz mit einer schrecklichen und grausamen Pointe erzählte. Achtung! Wiederholte die Stimme, doch man brauchte den Weisen nicht zu sagen, daß sie auf die schreckliche Stimme von Graf Olaf zu achten hatten. Babs hat das Henry J. Heimlich Hospital verlassen, kam es aus dem Lautsprecher, und die Geschwister glaubten das grausame Grinsen in Olafs Gesicht zu sehen, das er immer aufsetzte, wenn er log. Sie hat sich für eine Karriere als Stuntfrau entschieden, und hat auch gleich damit angefangen, sich von Gebäuden herabzustürzen. Mein Name ist Mattathias, ich bin der neue Chef der Personalabteilung. Ich werde eine vollständige Inspektion jedes einzelnen Angestellten hier in der Klinik durchführen und damit sofort beginnen. Ende der Durchsage. Eine Inspektion? Wiederholte Hell und verspeiste seine Pflaume. Was für ein Unsinn! Sie sollten lieber den anderen Flügel des Hospitals fertigstellen, statt Zeit damit zu verschwenden, alles zu inspizieren! Was passiert bei einer Inspektion? fragte Violet. Ach, sie kommen nur und schauen dich an! antwortete Hell sorglos und machte sich auf den Weg zurück ins Archiv. Wir sollten lieber wieder an die Arbeit gehen, es gibt einen Haufen Informationen zu archivieren! Wir kommen gleich, versprach Klaus. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Obst. Nun, dann beeilt euch! sagte Hell und verließ den Vorraum. Die Baudelaires blickten sich besorgt und bekümmert an. Er hat uns schon wieder gefunden, sagte Violet. Sie sprach leise, damit Hell sie nicht hörte. Sie konnte kaum ihre eigene Stimme hören, weil ihr Herz vor lauter Angst laut klopfte. Er muss wissen, dass wir hier sind, bestätigte Klaus. Deshalb veranstaltet er diese Inspektion, damit er uns schnappen kann. Sagen! warf Sonny ein. Wem sollen wir das sagen? fragte Klaus. Alle denken, Graf Olaf ist tot. Sie werden nicht drei Kindern glauben, die behaupten, er hätte sich als Matatias verkleidet. Als neuer Chef der Personalabteilung. Besonders nicht drei Kindern, die auf der ersten Seite des Tagespedanten stehen, fügte Violet hinzu, und wegen Mordes gesucht werden. Unsere einzige Chance ist diese Akte über die Snicketfeuer. Vielleicht enthält sie irgendwelche Hinweise, um Olaf den Händen der Gerechtigkeit zu übergeben. Aber Akten dürfen nicht aus dem Archiv entfernt werden, sagte Klaus. Dann müssen wir sie eben hier lesen, entgegnete Violet. Das ist leichter gesagt als getan, meinte Klaus. Wir wissen noch nicht einmal, unter welchen Buchstaben wir nachschauen sollen, und Hal wird den ganzen Tag lang mit uns im gleichen Raum sein. Nacht, sagte Sonny. Du hast recht, Sonny, stimmte Violet zu. Hal ist den ganzen Tag über hier, aber abends geht er nach Hause. Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns aus dem halbfertigen Flügel hierher zurück. Es ist die einzige Methode, wie wir die Akte finden können. Du vergisst dabei eines, wandte Klaus ein. Das Archiv wird fest verschlossen sein. Hal schließt alle Aktenschränke ab, erinnerst du dich? Daran hatte ich nicht gedacht, gab Violet zu. Ich kann einen einzelnen Dietrich erfinden, aber ich bin nicht sicher, dass ich Zeit genug haben werde, um ausreichend viele Dietriche für all diese Aktenschränke zu erfinden. Die Dichu, sagte Sonny, was so viel bedeutete wie, und es kostet mich mehrere Stunden, einen Aktenschränk mit den Zehen aufzubekommen. Ohne die Schlüssel kommen wir nie an die Akte, meinte Klaus, und ohne die Akte werden wir nicht auf Olaf los. Was können wir nur tun? Die Kinder seufzten und dachten so angestrengt wie möglich nach. Dabei starrten sie vor sich hin, und so wie sie das taten, sahen sie etwas, was sie auf eine Idee brachte. Was sie da sahen, war klein und rund und hatte eine farbige, glinzende Haut, und die Kinder konnten erkennen, dass es eine Karkifrucht war. Aber die Baudelaires wussten, dass sie für jemanden, dessen Sehvermögen nicht mehr das war, was es mal gewesen war, wie eine Pflaume aussehen könnte. Die Baudelaires saßen da und starrten auf die Karkifrucht, und sie grübelten darüber nach, wie sie jemanden dazu bringen konnten, zu glauben, dass ein Gegenstand in Wirklichkeit ein anderer sei.